hallo youtube so wie man sieht hier sind wieder antriebsräder drauf der kollega auch der wellen dichtring ist drin ist nicht so aufregend das ding einzubauen hat er ja schon gesehen und die pumpe ist noch verstellbar also noch nicht festgezogen steht auf grundsätzlich auf dass die geschichte hier ist noch grundsätzlich die einstellung normalerweise kann man ja diese pumpen kippen kann man hier nicht die ist fix dafür kann man das hier einstellen das ist aber im moment offen für den zahnriemenwechsel beziehungsweise für den einbau braucht man das dass es halt offen ist ja so sieht das aus das ist logischerweise fest hier ist die nockenwelle die steht natürlich auf ot kurbelwelle hast du von der flucht her ja denk schon ja zwischen den 10 ist ot also die dinger hier müssen quasi plan mit dem pfeil hier sein die dinger enden genau hier in der mitte und hier in der mitte ist der fall das ist ot ot auch hier ober todpunkt wie habe ich den ot ermittelt weil die ja gedreht wurde die kurbelwelle ich habe es mir ganz einfach gemacht ich habe hier oben durch das glück herzen lochen draht rein gesteckt und habe geguckt dass der golden nach oben kommt also oben war und das hier plausibel aussah war es wohl offensichtlich ot ja manchmal ist es einfacher als man denkt ersatzteile so ich hatte ja gesagt ich nehme oem diese der zahnriebe ist noch nicht dran erst mal kommt nein falsch so wie war das jetzt noch mal moment mal kurz überlegen stimmt die neue mutter ach die neue schraube muss da wo sie nicht rein will ja die kommt da rein hier ist auch der verstell bereich drin also der spannbereich ergo kommt das ding so rein der kollege kommt da drauf das klingt für mich jetzt plausibel mal anschrauben so ein bisschen kriege ich natürlich jetzt so nicht hin weil ich vergessen habe mir das werkzeug hier hinzulegen und zwar den sehr großen im bus schlüssel bis gleich ja jetzt sieht man recht gut wo der unterschied ist zwischen den alten varianten und den neuen das ist die neue variante hier hat man darauf geachtet dass die befestigungsschraube für die einstellung möglichst kurz ist hier bei meinem dafür halten echt eine katastrophe das kann nicht halten über kurz oder lang gut das hat jetzt ihr natürlich ewig gehalten aber das hätte auch schief gehen können ja aber wie gesagt die alte rolle hört sich schon bescheiden an und wie gesagt abdrehen plastik hat da drin nichts verloren das wäre jetzt im grunde genommen die neue variante komplett wesentlich stabiler nachvollziehbar stabiler als wenn man hier oben ist quasi verstellmöglichkeit die ist jetzt hier hinten in der rolle das ist alles sehr weit außen finde ich persönlich jetzt nicht so glücklich ehrlich gesagt weil das alles kippen kann man sieht hier das ist zu recht offensichtlich sehr zurecht alles revidiert worden ja was muss ich jetzt noch machen ach die mutter suchen genau die hatte ich aufbau aufgearbeitet die kommt auch mit loktiter dran hier ist ein abstandshalter drin habe ich gerade rein gesteckt abstandshalter jetzt kommt eine mutter darauf die kann natürlich richtig festgeballert werden das hat jetzt mit der geschichte hier insofern nichts mehr zu tun also man kann spannen und die hier bleibt wirklich statisch wie gesagt die neue variante ist nachvollziehbar besser ok ich hole mir ganzen kram zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder die mutter ist jetzt mit 45 newton meter angezogen das ist nun umringe eine umlenk rolle 45 jetzt ist gleich spaßig weil wie gesagt der einstellbereich ist eine andere geschichte sieht aus wie ein teil ist es aber nicht das wird noch witzig weil ich muss eine nuss finden die entsprechenden im bus trägt ja oder ich nehme den im bus selbst komme ich da dran gott sei dank ist er groß genug das drehmoment wird hier oben über den vierkant eingestellt jetzt habe ich natürlich keinen klassischen drehmomentschlüssel der wäre besser gewesen viele kennen die dinger noch die bestehen aus zwei stangen im grund einer dicken wo praktisch unten der vierkant dran ist und einer dünnen wo praktisch der zeiger dran ist und das hat eine gewisse verdreht fähigkeit so dass der die drehmomentanzeige zustande kommt habe ich jetzt nicht da blöd was tun ich versuche es mit meinem ich lese hier gerade neuer riemen 15 newtonmeter das war früher auch anders der musste früher wesentlich gewalttätiger festgeknallt werden hat sich auch geändert offensichtlich ja ja ich glaube ich kann die riemen jetzt auflegen und dann sehen wir weiter jetzt ungespannt ja schauen wir mal ja moin das hier ist eine handelsübliche radschraube sieht man daraus bauen wir jetzt einen ein spezialwerkzeug um die kurbelwelle zu blockieren beziehungsweise das antriebsritzel vom anlasser auf der rückseite auch schwungrad genannt gelegentlich hat er ja nicht ja das werden wir umbauen als erstes kommt hier oben ein loch rein dann möglichst zentrisch das bedeutet ich muss das ein bisschen flach machen hier wird angekörnt genau in der mitte dann kommen die beiden kollegen zum einsatz also wie gesagt ein loch dann setze ich ein m6 gewinde da rein da kommt dann wiederum eine schraube rein und zwar gibt es die möglichkeit die kurbelwelle zu blockieren hier sieht man ein loch moment ich mach mal das licht an so da sieht man ein loch da habe ich jetzt gerade schon ein bisschen müll rausgeholt wie man sieht so und das greift genau wenn man da durch schraubt greift das genau zwischen die zähne hoffentlich ja und zwar soll das dann die kurbelwelle blockieren auf ot wir werden sehen ob das funktioniert okay ich fang mal an so wie man hier sieht ist da ordentlich öl drin ich muss doch mal die späne ablassen ich möchte schon eine ziemlich gesunde basis haben ungefähr bei zwei zentimetern ich denke das reicht noch mal ein bisschen öl wie gesagt so eine standbohrmaschine ist gelegentlich echt ein tolles teil und man kriegt sie echt billig werkstattauflösung und so weiter das reicht mir okay ich spanne das mal aus und spannen das drüben wieder ein und dann sehen wir uns wieder ja hallo ja ich muss das video leider unterbrechen ich hätte den zahnriemen gerne drauf gebaut aber naja die gesundheit fordert ihren tribut zu deutsch ich habe mir den rücken verhakt und zwar gewaltig mit vier bandscheibenvorfällen zwei unten in der lendenwirbelsäule und zwei im nacken also im hals bereich macht das nicht mehr ganz so viel spaß ehrlich gesagt naja ich will nicht mehr kann dafür dass es so viele sind geht es mir eigentlich ziemlich gut tja ich komme also im moment noch nicht weiter da ich mich in zukunft auch noch bewegen möchte lasse ich lieber langsam angehen beziehungsweise ich werde mir morgen ein paar spritzen geben lassen ja wie mache ich das video jetzt fertig weiter das neue getriebeöl ist auch gekommen ein paar flaschen habe ich noch es sind sechs 9, schlag mich tot liter inklusive wandler servolenkung lasse ich auch gerade das komplette öl ab beziehungsweise habe ich schon abgelassen habe ich mit der pumpe jetzt einfach rausgepumpt aus dem kram man kann es ja ausbauen servolenkung muss man auch öfter mal das öl wechseln nicht vergessen auch die mögen frisches öl so servolenkung vor allen dingen servo pumpen dann geben die nicht irgendwann auf es gibt auch für servolenkung gibt es hydraulikfilter haben die meisten autos gar nicht gibt es aber im zubehör zu kaufen sollte man vielleicht mal machen das ist auf jeden fall gut für die lebensdauer tja ich will euch nicht weiter vollquatschen ich habe reichlich schmerzmittel drin deswegen wird da jetzt nicht viel aus meinem kopf raus kommen ja ich hoffe morgen wenn ich eine spiel in die spritze kriege funktioniert das alles wieder bis dahin versuche ich mir erstmal ins bett zu legen und mal gucken was passiert ob es mit schlafen funktioniert letzte nacht war nämlich die hölle ja ok ich wünsche euch eine angenehme restwoche viel ist ja nicht mehr ist ja fast wochenende wenn ihr das video sieht und ja haltet die ohren steif bleibt gesund bis zum nächsten video